15 Double Cheeseburger, bitte. 15 Double Cheese zum Mitnehmen? Ich nehm die nicht mit, ich esse hier. Warte nochmal! Sie essen jetzt 15 Double Cheeseburger, ganz allein. Ja? Wieso sind die denn sehr groß? Ich meine, 15 sind zu viel? Viel zu viel. Okay, dann nehm ich 12, genau ein Dutzend. Sind Sie betrunken oder so, Mister? Na, ich weiß nicht. Ist man von 6 Bier schon betrunken? Ich wette 100 Dollar, dass du keine 6 Double Cheese essen kannst. Schon gar keine 12. Du willst also sagen, dass das wirklich sehr große Cheeseburger sind, hm? Mann, ich wette, dass du keine 6 Double Cheese runterkriegst. Aber vielleicht hast du ja recht. 12 sind zu viele Burger. Also sagen wir, machen Sie daraus 2 Double Cheese, 3-Mann-Fried-Chicken, ein Sandwich mit Schinken, Salat und Tomate, 2 Schinken-Käse auf Roggenbrot, ein großes Steak, ein Trutern-Club und 2 Schüsseln Chili mit extra Zwiebeln. Und jeweils ein Stück von allen Torten. Jeweils ein Stück von allen Torten? Das ist auch ein viel vernünftigeres Mittagessen als 12 Double Cheeseburger.